Ja, steht hier, pull all the levers, levers, oder so ein f***er, and run through the gate, so it can't follow you. Achso, so it can't follow you, danke. Yo, Alter, wieso stehst du hinter mir? Ich hab mich schon wieder so erschrocken, man. Ich dachte, stehst du wieder irgendwo ums Eck, dann drehe ich mich um, auf einmal bist du da. Was, ne Kettensäge? Ähm, nein. Ich dropp dir eigentlich ein Zeug. Ich weiß nicht, woher hab ich denn noch einen Inventar? Die liegt hier gerade auf. Die schwebt bei mir, oder so. Okay. So, was war jetzt hier das Objective? Pull all the levers, and run through the gate, so it can't follow you. Ah, das ist das doch. Ach, ne, Mann. Okay, warte mal, ich packe mir die auch mal hier hin. Du hast gesagt, es gibt Frame-Einbrüche beim Sägen. Gestern, glaube ich, aber mittlerweile. Wo ist das Viech überhaupt, und wie sieht das aus? Es ist, dieses ist aus dem Level 1, der schwarze. Das ist aus dem, wie ein Ier-Brille trägt, da ist es. Ich seh's nicht. Ah, ey, das kannte ich noch gar nicht, ich hab's immer nur gehört. Was ist das mit der Ier-Brille-Gefühl? Es gibt hier aber so, ähm, Seiten-Dinger, wo man rein kann. Ja, ja. Okay, ich seh's. Oh, ich verliert schon wieder Sanity. Alter. Du hast dreimal Sägen, Junge, holy shit. Du musst reißen, aber zweimal. Interessant. Okay, das Viech ist bei mir. Ja, ja, ich hab die Tür aber noch zumachen können, war arschknapp. Hier ist ein Hebel. Hebel Nummer 2. Und der klickert jetzt. Ich glaub, ich glaub, die sind getimed. Ach, nein. In der gewissen Zeit. Nein. Ach, Mann. Wer hat sich das ausge... Oh, ich sterb, glaub ich. Oh, schnell, trink, 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 trink. Okay, okay, okay. Bitte lass dir noch mal eins. Wir leuchten jetzt zwei Lampen. Aha. Weil wir leuchten auch jetzt zwei. Ah, zwei und drei leuchten jetzt. Ganz hinten im Eck ist die hier. Ist jetzt reiflich, was? Wieso? Was hab ich gesagt? Nee. Komm, ganz im Eck ist die. Ach so. Die Lampen. Ich hör dich, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin tot. Ich hör mir das Vieh irgendwie gelaufen. Ja, ich hab's gehört, aber nur. Kann der hier... Mann! Hallo? Ich glaub, der kann nicht rein. Ich hab's nach vorne. Hm. Hier liegt, ähm, Almond Milk. Ja, da liegen meine Items links alle. Oh, mein Job liegt tatsächlich. Ja, hier ist nichts. Außer das. Da warst du, oder? Ja. Ich war hier, aber kein Hebel. Doch, im Raum. Dahinter, jetzt quasi hier oder dahin. Ah, oh mein Gott. Wir hätten eigentlich mal gucken müssen, wie lange die halten. Das ist nämlich schon wieder keiner da. Hinter vielleicht. Vielleicht zwei. Ich meinte eins, drei. Äh, eins oder eins, 30. Ich glaub, Lena kann nicht sein. Ist das trash? Ist das trash? Hey, ich find keine mehr. Das ist ja voll die krassen Automation von außen. Äh, hä. Brauchst du da richtig gegen? Oh, Digga, weil er den dritten mal sägen hat, geleckt. Okay, okay. Aua. Ah, hier ist einfach einer im Eck. Was ist das, wenn man hier drunter geht? Wait, ist hier der vierte? Riot Games. Mir fehlt nur noch der, den ich selber mal gemacht hab. Oh mein Gott, ich weiß sogar, wo der ist. Aber was ist das, wenn der knillig ist? Nein, hä? Ach, Mann! Ist der Anfang. Das ist nicht der Anfang, das ist ein anderer Anfang. Echt? Oh! Wait, wait, hier ist er, hier ist er, hier ist er! Ich hab alle! Halten die jetzt unendlich? Genau, wo ist es? Oh. Nein, es klickert, es klickert. Ich muss da lang! Oder? Ja, ich muss gerade außen und rechts. Scheiße! Ach, da hinten. Das juckt er aber nicht. Zum Glück juckt sie nicht. Oh mein Gott, es leuchten noch alle. Riot! Ich geh zu! Riot! Riot Games! Hier, hallo Hebel! Okay, und jetzt? Riot! Ja, auf! Ah! Hier sind wir! Du, ich bin aber nicht, ich bin nicht da. Okay. Ja, und wann? Darf ich jetzt wieder mit dir spielen? Oh nein, oh nein, ich verliess Sanity. Trinken! Nein, warte mal. Hier ist ein Code! Ah, 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 oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Da haben eben Hoteltüren geleuchtet. Es leuchtet... ...die, die ganz... Oh mein Gott. Okay, ich mach das jetzt aus dem Kopf raus. Ich hab einmal angeguckt, jetzt... Boom, bam. Peng, peng, padapau. Scheiße. Falsch. Bin ich doof? Bitcoin... Ah, nee, warte, okay, ja, ja, ich bin tatsächlich blöd. Neee! Okay, ich guck nochmal. 4, 1, 5, 3, 4. Häh? Als ob ich das nicht gerade genauso gemacht hab? Ich hab 1, 5, 3, 4. Ach, warte mal. Hä? ich habe mir fehlt der zahl 415 314 aber genau das habe ich doch kein eingetippt hier 415 314 das habe ich doch schon mal genau so angetragen keine ahnung ach weiß ich nicht okay wichtig dass wir das geschafft haben ich dachte echt wir hängen jetzt ein bisschen weil das scheint schwierig ich bin jetzt das gespawnt ach du bist einfach so auch die vorerst auch nie die ganze höhle wo die knechte waren ok jetzt waren für eine klinik übergang ins neue ding aber jetzt habe ich endlich mal diesen typen gesehen der am anfang probleme jetzt bin ich irgendwo da wieder rausgelaufen jetzt bin ich da okay das ist einfach heller neighbors aufwärts haben wir haben noch alle tatsachen tatsächlich okay lockt das behind you mache ich immer aber sie sogar locken was kommt hier für ein viel kennen wir das das habe ich glaube ich gesehen in seinem backrooms video da kommt auch was ganz großes ich kann ins betten was machst du das unten oder ich werde schon wieder die seine die actually ich glaube ich verreckt gleich tatsächlich habe ich keine element mehr nein habe ich nicht aufgesammelt was weiter liegt an richtig habe ich mir noch kurz die element mehr rein damit bin ich wieder voll ich gehe mal das hier drüben einfach wir müssen ja nicht ins selbe gehen ich auch es ist ja das problem ist die tür wo ich gerade war ist lockt das heißt bin jetzt jeden moment tot weil er geht bei mir ums eck ja 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 er kommt zu mir guckt mich an ja mich nicht so angeguckt er hat mich tot geguckt es kommt darum oh mein gott bitte darauf ich hoffe der brä läuft nicht nach rechts ich hab's nicht gern ich hab's nicht mehr gesehen ich hab's nicht mehr gesehen er kommt aber ich höre noch laut oder nein ich bin im haus ach so du bist im haus ich gucke durchs fenster da steht da weiter ah lol oh mein gott ja ich sehe jetzt sehe ich den das ist der der das gesicht ist oder der rote ist der nicht ist der nicht okay ist der nicht harmlos das auge kommt übrigens gleich rechts um vom haus die ist ja harmlos er hat eine klobe an der hand ach lol das Auge kommt, das Auge kommt irgendwie bro ich wollte nicht in die tübe reinlaufen man meine tür ist lockt deine ist bewohnt was ist das ich habe auf die map geguckt das sind häuser markiert ah ich stehe auf der map ja ok ok und das haus da hinten das markiert das haus wo er drin ist und das haus wo für mich gelockt war nein nevermind ich war da gelockt gehe ich mal nach zudem nach ganz hinten i guess es ist halt gelockt das haus ich versteh es nicht oder es ist das haus hier ich bin grad an dem pc in dem haus das ist jetzt irgendwie funksignale oder so ich bin so verwirrt ne also ich bin grad an dem pc gegangen in dem haus und jetzt habe ich so ein loading screen bei mir ist jede tür verschlossen also irgendwie sicheres haus gelockt wo ich war ich glaube ich bin einfach falsch gewesen weil sonst wären die doch safe aufgegeben hier das ist jetzt wo ich hab den ok ich bin jetzt grad in eins rein also in jedem haus wo du Leute steppen drin hörst sind durch die markierten hause und diese pc ist dran ok ich höre hier keiner aber ich bin erstmal safe nein ich hab hier ein pc es läuft was durch ich bin im haus ganz hinten rechts wenn du ich bin in deinem letzten haus aber jetzt höre ich was steppen war das jetzt gut ja ach weißt du was ich gefunden hab ich hör meinen typen aber ich seh ihn nicht ich hab Dings gefunden weil er den Exit zum Hub aha lol ich hör meinen typen aber ich seh ihn nicht ich hab einen grad gesehen ach er ist auf der seite ja da läuft er ich nenne ihn jetzt Nightcrawler weil er nachts krabbelt haben wir jetzt nicht schon alle drei also ich werde sterben jeden moment tatsächlich an Sanity ich hab auch eins das ist doch scheiße das kommt frei und mein problem wird sein ich verliere meinen verstand ich probiere jetzt einfach nochmal das haus weil ich keinen plan habe ah ich werde sterben ich sterbe jetzt an der Sanity gleich Almond Milk Almond Milk sauf den Scheiß ich hab den ich hab nen Fernseher Emergency Alert wollte er mich ficken ah ich seh den Typen im Crowbar ich seh den Typen im Crowbar er kommt zu mir du kannst da jetzt rein du kannst da jetzt rein er hat mich gefunden ich hab ihn verwackt let's go er steht auf mir und kann mich nicht töten das ist deine Chance bist du bei mir? ja ich glaub schon oh jetzt hat er mich jetzt hat er mich wirst du nicht? nicht? ha 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 toll ist mich auch tot ha 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 nein ich hab mich doch nicht ich hab mich dumm war dazu eingesperrt hä? wo war ich grad? der ist er, der ist er, der ist er ach der kann sogar die Türen aufmachen da war ich schon ach die Türen kann man locken die kannst du locken die Tür ja drin kannst du fast alles hier locken ach so ich glaub ich wär so oder so gestorben glaub ich weil ich war ich war im Wohnzimmer und da kam die Treppe runter wollte mich hinterm Sessel verstecken fand er nicht so witzig ach man ach man wie er geschlagen hat ok dann geh ich wieder das ist nur noch das eine also die anderen sind jetzt fertig das ist nur noch das eine rot ah ey das ist aber cool der Insider ok und das ist ganz nach hinten an der Wand du kommst nicht wir gehen jetzt hier durch weißt du hier in das dritte Haus ja wie lock ich denn die Sachen muss halt lock an der Wand sein alter hier geht's in den Keller weißt du und der Tür der hier ist der oben ja wie soll ich denn immer Milch Junge das ist fucking Water das hab ich das letzte Mal schon falsch gemacht soll ich von der anderen Seite hochgehen und wir gambeln einfach vielleicht kann ich ihn nach unten baiten eine Tür oben abgeschlossen ich bin drin im Raum ok ich mach das walkie talkie also du kannst glaub ich rauslaufen schon mal hm wird schwierig mit dem rauslaufen ich bin halt ganz woanders Junge holy fuck wo bin ich ja wo genau bist du ist die Frage oben oben an der Main Treppe links ok ich bin an der anderen Treppe ok jetzt seh ich ihn ok ich hab ja sowieso gelockt der ist jetzt bei meiner Treppe ah die andere Tür hat keine Löcher ah ich hab ok ich hab ihn ich hab ihn grad mit dem Crowbar zu mir ok warte ich hab die Idee ich kann ihn vielleicht baiten unten ich bin so ein guter Spieler ich bin so ein guter Spieler ich hab die eine Tür aufgemacht so auf angetäuscht bin zur anderen Tür weg und die Tür hat sich wieder tippt Hilfe ist Dorstack Dorstack ich hab Angst vorm Auge ich will nicht dass das Auge mich liebäugelt ich komm ich komm wer ist Mac? Mac Family Guy der hat am selben Tag Geburtstag wie ich okay sieh okay auch siehme drin ah hier ist ein Pfeil Pfeil ich schau sie schön aus achso ja okay dann guck' ich auch noch ist hier noch element war Pfff so frische Leitera ha ha radio halt da kommt was raus was kommt da raus west amplitude jetzt ich werde blöd muss was trinken ok jetzt gehe ich durch zur türe ich noch trinken wir sind nur zweimal verrückt ist eine gute bilanz restriktet area sehen wir jetzt die ganzen aliens auch nein was müssen wir hier schon wieder machen sieht aus wie eine kaffeemaschine die erklärt uns hier ich könnte uns sterben lassen ich habe nur eine taschenlampe da sind wir sind wir dann safe das ist ja wirklich eine kaffeemaschine ja wo sind denn die bottles crowbar hier ist liegt was that thing has an administrator card that can get us anywhere heid here ok wir müssen uns auch im spinn heiden ach es ist hier offen ok ich habe ich verkloppt ihn jetzt ich kann vents öffnen mit meiner crowbar also das verstecken doch ich wirklich die area 51 das ist jetzt das was die gesagt haben hier ist das wir haben aliens und so ok falls du einen vault findest oder einen vent ich sehe ihn ich habe mich versteckt bei uns ich hoffe der kommt hier einfach nicht hin er guckt mich an du bist ja im spinnt ne ich bin tot warst du nicht im spinnt ich bin tot die türen drücken will nicht so viel gehen kann man halt nicht abschießen er sieht mich er hat mich er hat mich er hat eine administrator card das heißt er kommt sowieso überall rein der trecksack kommt er zu dir ja dachte ich mir gerade nämlich ja wie kriegen wir die karte von dem möchtest wir denn einfangen maybe ok ich habe gefühlt die tippen und duschen dieser gasduschen oder was auch immer das ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da kommt er da kommt er hallo da ich dachte er warst jetzt einfach auf so wie ich bin ich bin ich bin hier hier ach bottle hallo hallo eine haben wir jetzt glückwunsch okay das ist loser ich habe doch keine ahnung wo die fucking bottles sind irgendwie würde ich mich gerne noch mal killen doch die abkürzung ich wüsste gar nicht wo der typ ist ich höre gleich reinkommen zwei bottles habe ich okay zwei sind im dicken raum eines hier hinten und er ist hier grüß sie vielleicht war sogar extra noch irgendwo und wenn die letzte bottle ich bin so fraglos fraglos mann verpiss dich wo ist die bottle mann oh ja okay man verliert btw nicht seine sanity wo ist er die letzte laufen hat er nicht irgendwas davon gesagt von von so ist missing auf das ist mit drei botellos auch noch geht ich schlag ihn schlag ihn schlag ihn schlag ihn ich box ihn voll ich baue ihn mit kuscheln g adams heißt der typ kuscheln er ist red hat warte willst du was lustiges wissen er ist bei dir er stand einfach an dem automaten wo ich es hinpacken muss was er stand einfach genau davor ganz eine runde laufen liegt die flasche nicht da ich kotz der war nicht offen weil man weil wir ja gestorben sind der typ ist einfach gechillt vor dem automaten da ist ihm einen kaffee gemacht oder sich okay die wird wahrscheinlich jetzt nicht in einem automaten liegen sondern resettet sein ja ja hier ist eine ich habe eine die er wurden die alte war die respawn halt nach einer zeit geht dann kommen zurück jetzt müssen wir noch eigentlich darauf beten oder ja äh 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 ich bin in den sack hast du gegangen ich wusste nicht dass in der mitte noch ein raum ist wo man rauskommt ja ja den bin ich immer jetzt ist er da drin ne ja war vielleicht da die ganze das ding drin gleich mal in der runde wo du alleine warst das kann tatsächlich sein ich dachte nämlich das wäre ein ausgang die spawnt wahrscheinlich random wenn man verreckt ne ja ich glaube schon was ist denn der wichser jetzt alter ich habe ihn gefunden die stirbt du Arsch aha und jetzt du musst den hebel da gehen vergass dich okay haha das ist jetzt nur noch ein mensch alter ja das ist doch einer von uns danke für die admin karte und jetzt wohin damit das ist eine gute frage ich weiß es nicht nach hinten nach hinten nach hinten würde keinen sinn machen weil da kommen wir ja ne ja wir lassen uns mal irgendwie draußen nicht gegen es muss irgendwo umgehen warte mal ich guck jetzt nochmal genau hin also es gibt zwei ich glaube am haus gibt es einfach einen weg der weg zeigt ne jetzt hat der karte wieder ausgegangen weißt du irgendwo am randtelef oder so basically zeigt die karte hier einfach also gibt es zwei straßen die einfach weg zeigen oh wait oh mein gott oh mein gott wir sind oh mein f***ing gott ne jetzt möchte ich mich echt oh bro wir hätten die ganze helfe sind wir dumm jetzt fühle ich mich legit dumm aber wir hätten einfach nur gucken müssen nur aber hell no mein gott das hätte wir uns eigentlich denken können ja ok lecker selbst weißt du wo ich warte mal bis zu ähm ich geh zur anderen seite rein da war irgendwie so ein rotes schönes licht ich glaub nicht oh ok schau doch ja ich bin schon an der wand angekommen euch auch hä ich sehe dich oh mein gott habe ich mich erschrocken Alter ich wurde grad einfach gepackt und werd weg gezogen Alter hab ich mich erschrocken wo kam der her ja ich bin tot Alter Vater kam das random grad ich sehe dich 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 die straße sehe ich hier ist ein typ der rumwarkt einfach was nein den sehe ich nicht ich glaube ich steht hier einfach für der Gärtner ich sehe nichts der Gärtner hat mich glaub ich grad auch äh abgeholt turn on the windmills ach nein i trip point towards the way out ach nein er will schweiß bei windmills suchen mit viel Erfolg dass er dich nicht packt das ist rot eigentlich ist es die Sonne oder ich sehe gar nichts rotes tatsächlich im Himmel ist es das ein Windmüll hier ist doch ein großes Licht hm ah ok aber du ziehst immerhin eine Line hinter dir her hier ist nichts einfach das ist das Licht zu gucken jetzt ist es da hinten hä ich sehe irgendwie gar nichts die gibt es hier mit seiner Kettensäge echt ich höre aber auch nichts ist ganz schön weird alles hier sind ja auch nirgends Windmühlen doch wir ey lol ach du bist die ganze Zeit bei wer ich sehe die gar alle nicht die sind alle unsichtbar bei mir was ich glaube bei mir ist irgendwas gewaltig falsch gelaufen ich sehe keine einzige Windmühle ich frage mich die ganze Zeit wenn du nach oben guckst random und was bei dir leuchtet die ganze Zeit Mühle zur Mühle ach so bro da kommen so oben Lichter drauf weißt du auf der Mühle jetzt hier steht wahrscheinlich wieder eine ne jetzt habe ich gerade wieder eine angeschaltet hier jetzt leuchtet hier die nächste noch die Scharbe sind grün ach guck mal das sehe ich jetzt die ganze Laterne und Arcade ach warte mal boah ich habe voll den Knick in der Optik gehabt hier ist eine Mühle ich würde gerne interessieren ich würde echt interessieren wie die Mühle aussieht scheiße man und kann ich jetzt spielen Loving you is a losing game aaaaaaah hey 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 guck mal da sind zwei Sachen einmal in blau einmal in rot alter so ein Flashback alter und ne Drehtür oh oh die ist sehr buggy oh 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 hey hallo da war ich das letzte Level Loving you is a losing game ich habe nichts im Inventar ey meine Tasse tut voll kalt war ich jetzt die ganze Zeit was will ich spielen ne press start wo ist denn hier start das ruckert auch ein bisschen hier drin ne ist ganz schön wild ja ich gehe jetzt auch weiter also ich habe irgendwie das Gefühl man verreckt wenn man hinten reingeht oder was wir hier in das schwarze Loch was wir sehen ja ah vorbei oh ok so was passiert das 10 ok ich sehe die Taschenlamme von dem in der Luft fliegen aaaaaah aaaaaah lebt mich aus den Backrooms Escape ja den Backrooms entkommen? Fragezeichen aaaaaah 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 number 45 ha came hier